2 Sterne, 1 Sterne. Was sagt ihr mir warum? Stirbt nicht so oft oder so. Fuck off! Wieviel Sterne war ich da? 45, hab ich fast geschafft. Oh Gott, da gibt's so viele Remixes, ey. Hammer! So, dann spielen wir jetzt noch mal den Mario Brothers. Oh ne, diese Scheibe! Ich kann das nicht nicht springen, oder? Sammler einer Nutzung für die Zeit. Okay. Huh, Glück gehabt! Äh... Nein! Ich weiß, ob ihr die Schildkunde treffen müssen. Ich weiß es! Falsche Richtung! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Steuerung mit diesem Pad... Ich bin gewöhnt, bedürftig. Oder machen wir so einfach, zack! Jetzt haben wir noch zu viel Zeit. Oh! Zehn Sekunden. Ohohohoho! Eine Sekunde noch! Das war echt knapp! Fuck, ey! Aber... Drei Sterne! Neues Level Remix 6! Wenn wir uns jetzt echt an gucken, wollen wir noch mal Tarvario spielen. Stempel! Power! Hammer! Also, ist die nicht leichter? Boah, was? Gibt's 23 Level, die ich spielen kann? Geil! Gut! Remix! Gucken wir uns das Remix an! Interessant! Besiege alle Fälschungen! Okay! Alle Fälschungen! Den ersten hab ich schon mal! Den zweiten hab ich auch! Ich glaub, die kriegen dann nach ner Zeit wieder ihre... Öps! Luftballons, wenn ich da nicht schnell genug bin! Glaub ich! Ich bin mir jetzt auch nicht... Der letzte! Der letzte! Fuck! Oh, jetzt... Ich weiß nicht mal, welcher Mann er ist! Nein! Ey, das ist gar nicht so schwer! Ich schaff's trotzdem nicht! Nein! Komm schon! Hoch mit dir! Flieg, Birdie! Ja, wahrscheinlich seht ihr grad gar nicht so genau, wie er ich bin! Äh, weil das Video hab ich nicht angezeigt, sondern... Ich weiß es nur, weil ich weiß, welchen Knopf ich grad drücke! So, also bei den letzten hier! Oh, oh! Uh! Yes! Boah, gut gehabt! Der hat mich leider so einen Scheiß-Witz getroffen, ey! Boah! Oh, zwei Sterne sogar! Egal! Ich brauch die Sterne nicht! 50! Ach du Kacke! So, was spielen wir denn jetzt? Mario Bros. sind 23 Level, ey! Gucken wir uns doch mal an, was wir da spielen können! Ein bisschen Gedingung machen, bevor die Zeit abläuft! Kein Problem! Okay! Also damit kann man... Also, dass jetzt hier wirklich 23 Level sind, ey! Das ist... Dann hat man richtig was zu tun! Hammer! Und das für 10 Euro! So viel kostet das Spiel nämlich! Ist das echt... Ist das echt ne coole Sache! Fände ich auch direkt... Y... X! Man muss X drücken, um Förder zu machen! Und? Kein Regenbogen! Aber neues Remix Level! Siegern! Freigeschattet! Und einen Stempel! Tot! Stempel! Tot! Hammer! Es ist einfach nur hammerschwer, ey! Also... So! Das ist jetzt wieder so ein Scheiß! Stammelt alles ein, oder? Gucken wir mal! Siegern! Alle Gegner! Kein Problem! Äh, was passiert da jetzt? Äh... Hallo? Hallo? Wie soll ich denn die Gegner... Äh... Hallo? Äh... Hallo? Hallo? Äh... 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 Hallo? Ich versteck mich jetzt auch mal bei der Röhre da... Das ist... Wie besiegen alle Gegner? Äh... Wie soll ich die besiegen alle? Hallo? Ist das jetzt doch nur verarscht oder ich muss glaube ich nur überleben, oder? Kann das sein? Hallo? Es tut sich nichts... Soll ich die einfach besiegen? Glaube ich jetzt nicht, oder? Ey! Wo bin ich denn da jetzt? Fuck ey! Der eine! Das gibt's nicht! So... Ach! Wenn ich einen besiege, dann geht das wieder zurück? Ich dachte schon, ey, wie soll ich das denn machen hier, ey? Äh... Fuck! Vielleicht bringt die Mütze irgendwie was? Komm schon! Ich bin wieder zurück! Es sind noch zwei Gegner da! Äh... Fuck! Der letzte! Der letzte! Der letzte! Jetzt weiß ich aber wie es geht! Jedes Mal wenn ich da einen besiege, geht das Bild wieder zurück! Ey, Hammer! Oh! Oder wenn ich eine Münze kriege, dann geht das Bild auch wieder zurück! Doch nicht! Fuck! Das ist jetzt nicht gut hier! Ich bin da reingelaufen! Ich bin da reingelaufen! Ich glaub's nicht! Das ist echt nichts, wenn du in diesem hohen Ding bist! Dann kriegst du das nicht mehr so leicht hin! Fuck off, ey! Komm schon! Zack! So, jetzt warten auf diese Schildkröte da! Ach! Die hat dich jetzt den Weg ändert, weil sie es kann! Und der kann wohl einen scheiß Feuerball an! Ey! Das ist einfach schon mal guter! Den wegkicken! Und den verlieren, weil man zu doof ist! Zack! Komm ein hier! Zack! Ähm... Uaaaah! Geh weg! Jaaa! Nochmal! Das Ganze! Jetzt zieht ihr die Demo an! Hallo, ne! Das... Ömer Krieger sind die... Also man sieht, dass diese Klassiker nicht leichter werden, wie mit den Jahren! Ganz im Gegenteil! Die werden sogar verdammt schwer! Ich weiß nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hat! Und da hat er nur wenigstens was zu machen, ey! Komm schon da hoch, Baby! Komm schon! Du hast es gleich, Mann! So! Erledigt! Geht doch! Puh! Hammer, ey! Dann fang ich dich erst mal... Hör! Wollen wir das denn mal weiter weg? Boah! Hey! I hate this stage! Wenn du nicht weißt, was du machen musst, ist das echt scheiße! Nächstes Super Mario Bros! Besiege sieben Gegner werden! Du besiegbar bist! T-t-t-t-t-t! T-t-t-t-t! T-t-t-t-t-t! Also die Tastenbernehmung, muss ich ehrlich sagen, ist gewöhnungsbedürftig! Also ganz ehrlich, die Tastenbernehmung erstmal mit A? Mit X rennt man? Mit A muss man springen? Ich meine, das war damals auch nur, dass man zwei Knöpfer hatte, aber... Nintendo, wir sind hier im 20. Jahrhundert... 1700 Jahrhundert... ...geschafft! Boah! Was muss ich jetzt besiegen? 15! Er ist ja schon weg! Soviel zum Thema... ...mit ins Graben nämlich dich! Ah, ich hab' wieder was Zeit, ich brauch' nicht so rasend! Hey, das ist... das ist nicht leicht! Falscher Knopf! B ist rennen! Merken! Und wieder falsch! Schnell musste ich die alle mitnehmen! So jetzt rennen wir machen! Ey, wie soll ich das denn schaffen, ey? Sie sind noch nie spieler, nicht gespielt! Sie sind die Demo an! Jetzt rennen wir einfach durch! Scheiß, was da drauf! Ja! Ihr habt mich heute schon oft meinen Kopf gesehen! Weil ich einfach sage, das Spiel ist so hammergeil! Ich sehe, wenn sie das Mario-Ding auch nicht mehr zu Ende spielen können! Weil vielleicht kenne ich ja tief überreden, dass man demnächst mitmacht! Dann wär's nämlich der Mario-Spitzalist, der kann das! Ja! Geschafft! Geht auch ohne Bifi! Geil! Och, nö! Ja, aber diese kleinen Abgründe kann man ja drüber laufen! Och, geschafft! Ich hab bisher gar nicht, wieviel ich da sammeln muss, ey! Einen Stern! Yeah! Ich war richtig gut! Remix! Das nächste! 4.000 neue Bits! Gucken wir mal, was wir da jetzt machen müssen, ey! Hat dazu noch was geschrieben? Ah ja, okay! Nächste Remix! Das 8.25. Reiche ins Vielfalt! Kein Problem! Läuft das selber? Hallo? Hallo? Aber das ist lustigerweise, weil das im Level, ne? Das ist einfach nur verhindert! Ich muss aber nur das Ziel erreichen! Aber nur das Ziel erreichen muss ich! Nur das Ziel erreichen muss ich! Ist ja nicht schwer! Ich weiß schon, warum es wirklich viele runtergeladen haben, weil es einfach... Ah, es ist wirklich retro! B. Es macht eigentlich Laune! C. Und C. Es ist einfach... Scheiße schwer! Also... Bitte! Es ist schwer! Bitte! Wahrscheinlich frage ich mich gerade, ob ich da einfach diesen... diesen Pilz... Ich habe doch so viel Zeit! Warum ruhig bin ich... Es gibt gar keinen Pilz wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich kriegt doch der, der einfach durchrusht! Oh! Da habe ich jetzt ein Leben mehr! Nein! Aber ich springe nicht! Das ist die Knopfbelegung! Ähm... Ich werde das nächste Mal ausbilden mit... Einfach mit der... Wie mit dem V-Mode! Das müsste eigentlich leichter gehen! Glaube ich! Also mit dem Gamepad wirklich zu schnell mit den 4 Knöpfen! Das ist... Echt gewöhnungsbedürftig! Echt gewöhnungsbedürftig! Ne? Aber dabei ist es hier mehr ein Let's Fail! So, jetzt soll ich die richtigen Knöpfe drücken! Flup! 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 Jetzt schaffe ich es! Ich habe so... Ich habe so ein Gefühl, jetzt kriege ich es hin! Die... Vorher kommt keine Schlucht, die ich nicht sehe! Hammer schwer ist das! Hammer schwer, das ist dieses Spiel! Warum spiele ich das nur? Geschafft! Geschafft! Endlich! Also... Es ist nicht leicht! Vor allem, wenn du es sowieso nicht so gerne gespielt hast! Aber... Harder than I thought! Ja! So, was war das nochmal? Da muss ich bis zum Ende kommen, richtig? Erreiche den Zielfahren! Ich muss ihn mal erreichen! Letztlich ist es nicht, welche Punktzahl ich holen muss dafür! Also ich muss natürlich sagen, also wenn man überlegt, was hinter dieser Idee steht, dass man sagt, ähm... Siege Bowser! Kein Problem! Kein Problem! Ähm... Ähm... Kein Problem! Siege Bowser! Kein Problem! Vollfressig geflogen! Wie in alten Zeiten! Wie in alten Zeiten! Oh nein, ein Tod! Fuck! But the princess is in another castle! Take this! It's dangerous to go alone with... Without it! Oder sowas! Nächstes Remix! Remix Nummer 9! Und nächstes Stempel! Bowser! Ach du Scheiße! Das ist also... Also wir werden noch auf jeden Fall sehr viel Spaß hier mit haben! Machen wir noch einen Remix! Fahrer eine Runde! Kein Problem! Eine Runde! Da muss man wirklich höllisch aufpassen, weil jetzt sieht man nämlich nicht, wann da was kommt! Ach! Ich bin mir erschrocken, ey! Ich hab' nicht gesehen, dass das eine Schatze war! Da hab' ich voll... Ich hab' natürlich auch die Beschwerungsstreifen grad' nicht gesehen! Ich hab' nicht gesehen! Yes! Also das war jetzt nicht ganz so schwer, aber es sah schwer raus! Trotzdem mach' ich den Absammenscheid! Und... Perfekt! What?! Genau was haben wir auch gesagt! What?! Was hab' ich 36 geworden? Fuck off! Was muss man das schaffen, ey!